Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Summoner. Ich bin Summoner Gameplays und bei mir ist... Ja ja! Und meine... Ja, bleib stehen! Und meine Kraft hat mich verlassen. Bleib stehen! Danke. Ich wollte nur noch die Welt schauen. Bitteschön. Ist ja nicht so, als würde ich versuchen jetzt zu helfen. Nein! Nein, du doch nicht! Überhaupt nicht! Okay, ich bin unser Hobby los. Scheiße! Wir sind Hobbylos. Aber Kopf hoch. Ähm, du bist Hobbylos. Ich hab auch. Ich hab auch Hobbys. Ach. Und? Erdbeeren. Das nichts bringt. Langeweile. Blitze oder Meteorstrom. Hm, nö. Das ist langeweile. 26 Schaden mit einem Feuerangriff. Mit Blitzen war das irgendwie mehr? Ja schon, oder? Schau. Schau. Also könnte ich ja dich treffen. Meteor. Stimmt, könnte ich ja dich treffen. Hey! Erstmal ein Gegenangriff darauf. Es lebt. Ich weiß. Das ist so ein Vieh lebt. Ich muss überhaupt erstmal eine Sünde an sich. Jetzt nicht mehr. Ich weiß. Ich weiß. Machen. Uuuuh, das war Damage. Oh, das war Damage. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ich bin da hinten um die Ecke. Wo? Rechts? Da. Kiki? Da. Ne. Da. Ich zieh was, was du nicht ziehst. Ah. Halli. Jonas. Auch mal wieder da. Mhm. Kiki? Nicht du. Ja. Wer denn? Auf ihn. So macht er nicht damit. Was auch immer. Was auch immer ist schlecht. Nino! Halli. Ist er gerade rein? Jammer. Stopp. Gibst du mir? Ja. Geil. Dein Segen hat nachgelassen. Ja. Ja. Aber es geht. Mhm. Und da ist jemand auch nachgelassen. Aggressions drin. Hm. Passt ja gar nicht zu uns. Nein. 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 Loil, hier ist ein Tunnel. Loil, wohin denn? Und raten wir, was da drin ist. Ach, ey. Boah, wie hässlich. Ey, ich bin gleich tot, by the way. Ach, ja. Und? Ich glaube, ich habe noch ein Tunnel. Nein. 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 Was sind das eigentlich für dumme? Das sind die selben Dinge, als die vorhin. Wahres. Wahres. Und? Ich gucke mal gerade aus der Nahperspektive an. Die sind netter. Und hier wollen wir nicht zu wissen. Äh, da vorne sind ein paar Viecher. Du lockst die Beine nahe ab. Hm? Die bleibt ja wirklich schön. Ins die Tümmel! Er will sterben, ich muss das immer noch machen. Du weißt doch, dass du Selbstmord in der Küche fährst. Scheiße, ich habe wiedergelebt in der Küche fährst. Von daher... Äh, habe ich nicht... Habe ich nicht gerade eben gesagt, du lockst die Beine an der Küche fährst? Weil ich auch Selbstmord mache. Schauen wir mal an. Du gehst um... Getümmel zum Gegner und bekommst das hin. Ähm... Macht damage... ...die grottig ist. Ähm... Nur weil wir in so einer Art grottig sind, muss es nicht grottig sein. Das war ganz glattig, oder? Glaube ich ja. Und wir machen dann wirklich ein Grottig. Und ich bin doch gleich tot. Bin ich nicht. Teste. Ich habe auch gar nicht tot. Ja, aber du heilst dich ja. Ja, und? Also bin ich nicht tot. Ja, und? Ich bin alle von mir in der Gnade aus. Kannst du bitte in die Küche fährst? Ja, okay. Ja, okay. Oh, hey! Mein Erdbeben bringt dich. Jo. Ich habe immer noch keine Kekse. Wofür brauchst du denn Kekse? Hast du ein Kekse? Nein. Nein. Hast eh keinen. Ja, also was ich für ein Kekse zu hätte. Wirst du einnehmen? Juhu! 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 Das spit-gekl적으로? Du! Boise Worte! Wurật... Jaaaa... Jaaaa... Wir hatten es. B eide Worte existieren, Die kann man ja kombinieren. Bei denen können wir eher nicht afrieren. N01! N01! Ist öffn... Jooooo! Du hast direkt das Nächste! Ich finde, das ist so ein Diffenげuss. Weiß ich nicht. Ich denk, du warst hier schon noch. Ja, aber ich hab die nie gezählt. Ich hab die noch zwei Fingfälle. Ich weiß, dass mein Erdbeben nix bringt. Ich weiß, dass du mein Haarbleich hast. Ich weiß, dass das gerade Damage war. Ich weiß, dass ich noch 3000 brauch. Ich brauch weniger. Ach. Ich halte schon hier. Hm, ich bin nicht zu machen. Das ist insgesamt als 5 Damage wie viel. Wow, er kann Mathe. Und da ist das nächste. Yay. Loll, ich stehe an der Wand. Ja. Und mein Buch geht ab und zu mir an die Wand. Und das macht er dabei. Ich stelle jetzt mein Licht vor. Und wir haben ja keine Kitschenfüße in die Wand zu. Können uns wirklich aber nichts machen. Hm. Hm. Und dann haben sie dann einander in Vorfall. Gegenangriff. Ne. Wo ich auch einen Bogen benutzt habe. Oder Bogen was irgendwie. So. Jetzt drückst du einfach mal mit den Ohrsturm. Einfach mal so. Einfach mal so. Okay. Okay. Ich bin nicht zufrieden. Ne. Wieso? Weil die jetzt zwei Dinger sind. Und? Willst du sterben? Nein. So gut. Dann hast du jetzt ein Problem. Ne. Ich renne wieder in die Trotze. Was? Ich renne wieder in die Trotze. Äh. Hab mir den Schaust zu liegen mit MP. Äh. Mit die MP. Äh. Scheiße. Aber du lebst noch. Nicht mehr mal. Wow. Es hat mich grad um 11 geheilt. Woho! New Reckon! Und du hast wahrscheinlich 50 Stein gegeben. Das macht aber auch ganz schön damage. Es geht! Hältst du mich? Nein. Jetzt hältst du dich. Du hast mich entgiftet. Es ist heilig. Bist du blind? Echtlicherweise. Bist du? Ah! Erlebt das. Hm. Reicht das nicht einfach? Müsste. Was machst du denn? Wie rennst du weg? Ich renne nicht weg. Doch? Ich will nur näher am Wasser sein. Warum? Warum denn nicht? Glaubst du dir einmal passieren Wasserschauen oder was? Weiß ich nicht. Ich stelle mir vor, du haust mit dem Halle aus. Ich weiß es. Ich hab's teuer. Ist auf jeden Fall irgendwie die Insel dieser Dinge. Irgendwie ja mal schon. Das ist ja schon das gefühlte zwanzigste Dunkel davon. Deinzigste. Hast du mitgezählt? Nein. Ich bin auch nur was sagen, dass höher ist als ganz. Es hat dich grad um null Leben geheilt. Yeah! Äh. Es war wohl 100. Jetzt hat es sich um 10 geheilt. Bei mir war 10. Bei mir war ein 6. Ja, das war bei mir auch. Super. Und? Wir sind jetzt schon bald beim Sehen. Kennen wir uns noch einen, der sich halt füchert? Mhm. Gut. Bei mir sind wir eigentlich, dass mein DT war, ne? Mhm. Pass mal hier rein. Ich weiß. Die waren das echt. Krass. Da könntest du mir einen Spiegel halt drauf bauen. Ja. Oder so'n Ding. Nee. So'n Ding will ich nicht. Es schmeckt bestimmt nicht. Ich würde das denn wissen. Es sieht so widerlich aus. Und alles was widerlich? Oh, sie kommt bei mir nicht auf den Grill. Hat sie noch gefallen? Ich weiß. Und? Drauf da. Druck da? Mit die Horsturm? Nee. Warum nicht? Was? Hey! Ich hab beide getroffen. Egal. Es kommt. Das andere packt da gerade irgendwie rum. Dann könntest du es nicht fressen. Es kommt irgendwie nicht zu uns, aber du kannst es weiterhin fressen. Ja, nice. Reift doch. Es läuft nur in die Nähe. Es kommt näher. Ah, hey. Es kommt ja näher zu dir. Mhm. Oh! Oh! Ich hab kein Damage geschickt. Okay. Lass. Vielleicht hat's neben Damage bekommen. Hm. Schau doch mal. Ein Meteor Sturm. Der war schon verstanden. Okay. 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 Ja, okay. Das ist schnell dauernd. Ja, gut. 229? Schau doch nicht. Noch mal 229? 23 war vorher. Ach so. Bisschen. Der erste Minotaurus. Ich glaub's nicht. Seit lange? Seit lange. Wollen wir jetzt eine Pfeil draufschlafen? Aha. Heeeey. Ich hab eine gute Musik. Die Höhlen von Bodongmusik kreicht doch, oder? Ich hab gemutet. Was? Das liegt nicht so an. Was? Das liegt nicht so an. Was? Aber hey, ich bin einfach mal in der Range, also ... Er ist kein Sturm. Ich hab's. Ich hab' Ich brauche immer noch ... Ah, zu viel. Wir brauchen nur 4000. Wie viel Besuch? Ich weiß. Und? Du hast du den Besuch? Ja. Ja. Spiele als Geschäfte. Mit Waffen. Heimisch mal bitte. Was glaubt ihr euch vor? Hm? Meteorisch. Hm. Wollt jetzt eigentlich Margarina? Kannst du mal rein? Geht ja. Was auch immer. Stimmt, weiß er sich besser. Ich mach nur noch 34 Schaden. Ich bin mir vor, ich gebückend geworden. Menü, wo man dann ein Kampf auswählen kann und du bregst da ein Bestandteil. Du gehst immer so feiern. Das wär lustig. Ich würd's feiern. Meinst du, gibt's sowas? Weiß ich nicht. Vater Flach. Vater Flach und die Fastiesten. Geil. Naja. So hart. Lass mich auch noch mal. Viel Spaß. Yeah, ich hab du damage gemacht. Also du musst eigentlich einfach rein kriegen. Mhm. Okay. Ah, schon wieder so zimmer. Juhu. Okay. Auf dieu. Halt, lassen bitte. Yay, 2-0. Ich mach 22 Schaden. Ich weiß. Ja. Und? Na toll. Ich bin gleich nicht mehr da. Ich weiß. Weißt du was? Juck dich nicht. Das würd ich nicht sagen. Aber... Es juckt dich nicht. Es ist mir ein Scheiße, ja? Lass mich doch. Juck dich nicht. Doch. Ach. Dann ist das. Ich hab mich nicht in den Kingen. Ich hab mich nicht in den Kingen. Mach das. Mit deinen ganzen Loe Mana Funken. Ich möchte's wieder verhalten. Oh, ich kann mich nur noch heilen. immerhin siehst du es positiv ich kann dich ja heilen das ist ja eine nicht dringende Echtmeister also siehst du es positiv ich bin nur ehrlich so und wir sehen uns gleich wieder wenn es wieder heißt Lesbietogedder Summoner ich bin Summoner Gameplay und bei mir ist alles wieder ja bis gleich